hallo und herzlich willkommen zurück zum modded resistance server ja in der folge gestern die für euch gestern gelaufen ist habe ich euch ja gefragt wie ich das format etc gefällt und weil ich viel zu viel offscreen mache etc blabla ja guess what ich habe ein kleines problem mir ist die letzte aufnahme kaputt gegangen entsprechend muss ich euch jetzt quasi mehr oder weniger mehr zeigen was ich in der zwischenzeit gemacht habe ich versuche ich glaube besserung ist ich versuche es einfach in Zukunft besser zu machen weil es einfach auch sehr schwer ist den passenden zeitpunkt immer für eine aufnahme zu finden bei dem modded resistance so weiter man macht einfach automatisch viel ausspielen weil es einfach unmengen an farmarbeit ist und gerade durch gregtag auch alles braucht alles so unmengen an an materialien und an zeit und da macht man so die die ich sag mal die praktischen guten sachen die interessant wären vielleicht auch mal zwischendurch einfach nebenbei nichtsdestotrotz wir fangen einfach an wie ihr mir vielleicht schon erkennen könnt kennen kann ja erkennen könnt meine brustplatte hat sich ein bisschen geändert ich habe in der zwischenzeit eine advanced nano chest plate gemacht das ist im endeffekt einfach nur normale nano chest und advanced jetpack hatte ich ja schon und ich habe das dann quasi erweitert zu einem advanced und dann konnte man das quasi mit dieser recht günstigen nano chest plate dann zusammen kraften das hat den ganzen vorteil dass ich jetzt einerseits jetpack direkt mit in meiner brustplatte habe und ich muss nicht wechseln oder so ich habe trotzdem rüstung was ziemlich cool ist der zweite punkt ist es lädt meine tools auf also hier alles was irgendwie eu elektrik verbraucht wie zum beispiel der treechap das wird geladen von der rüstung weil da halt dieses lab pack mit drin ist dieses advanced lab pack das ist das zeug was man sich halt normalerweise auf den rücken schnallt das ist so eine batterie pack was man halt dann auch mitnehmen kann also sprich drei sachen in einem sehr sehr praktisch die schuhe habe ich mir nicht gemacht weil ich habe es getestet die nano schuhe habe ich mir gemacht habe es dabei getestet und ja so bei 100 block fallschaden kriegt man dann so drei herzen schaden und das ding hat dann glaube ich nur noch die drittel energie gehabt oder so die schuhe und ja die longfall boots die ja juckt das einfach gar nicht die integrieren komplett allen fallschaden deswegen bleibe ich einfach die weiter an ob der einrüstung zwar weniger aber mein gott scheiß drauf ja den diamond drill den ich sonst vorher nie wirklich benutzt habe den habe ich dann dadurch dann upgraden können so jetzt ist das ding ja auch praktisch und nutzbar und brauchbar etc und ja hatte dann mit öfter mal war dann mein das ging auch relativ zügig habe dann level gefarmt bisschen händisch habe dann zwei drei bücher verzaubert und hatte wirklich glück gehabt und habe ein fortune 3 buch rausgekriegt was ich dann jetzt auf den diamond drill drauf habe ich habe jetzt eine elektrische diamond drill mit fortune 3 awesome ja dann habe ich mir gerade noch die kettesäge gemacht kettesäge im hessische ja ist im endeffekt das gleiche trieb nur halb für bäume und dreck und so weiter macht der drill mit weg davon hat sich inventartechnisch nicht mehr so viel getan was ich allerdings ja hat sich wo sich jetzt allerdings einiges getan hat die base ja es ist ihr seht es ist ein bisschen größer geworden es ist noch im aufbau da kommen wir gleich zu ich habe hier oben drauf plätze für für spawner hier seht ihr auch gerade praktischerweise eine kuh hier runter fällt und ja gebrutzelt wird und ich kriege unten direkt steaks raus wenn sie daneben fällt kriege ich halt normales fleisch raus macht nichts aber ich habe hier quasi da ist ein soul cage mit ein kuh spawner mit einem kuh schad drin das ist hier drei das heißt sie brauchen licht und gras damit sie spawnen und ja die fläche ist klein genug dass sie sich halt gegenseitig hier regelmäßig runterschubsen und ja wandert dann einfach auch runter in den quicksand so castle de la sordnus hat sich ein bisschen verändert das hat sich stark verändert weil ich hatte ja hinten die baumfarm ja hier seht ihr das ist alles noch ein bisschen im umbau hier ist das teil vom alten dach noch mit dem solar panels die wir letzte folge für euch gemacht haben es ist so verwirrend wenn irgendwas kaputt geht so jetzt lädt hier alles nicht so hier war die ehemalige baumfarm und die ist jetzt quasi war auch zum teil mit hier drin noch und so weiter die ist jetzt weg das heißt weg ich habe sie umgezogen und zwar ich habe mir mit der query die ich gemacht habe habe ich mir unter der base quasi hier drei mal drei großen chunk freigeräumt bis runter auf bedrock und ja damit ich quasi dann mit einem chunk loader entsprechend auch die ganze base vernünftig laden kann und so weiter habe ich jetzt gesagt okay ich mache mir einfach ein großes dreimal drei gebäude weil das hat vorher alles so ein bisschen hin und her und da ein bisschen was vom chunk und da ein bisschen also ich habe einfach nicht daran gedacht am anfang mit okay jetzt baust du die base vernünftig jetzt hast du die möglichkeiten und die mats und so weiter ich habe die wände mit marble verkleidet das sind ungefähr ich glaube 18.000 marble oder so die ich hier verbaut habe und basalt waren es noch mal 56.000 keine ahnung also es waren wirklich unmengen da habe ich dann empfehle entsprechend die wände hoch und runter gezogen so ihr seht das ganze geht auch ein bisschen runter da ist schön tief so wir sind hier auch für acht also sprich ich habe bedrock und über dem höchsten bedrock ist quasi direkt eine schicht cobblestone und über der schicht cobblestone geht dann quasi die base los so ihr seht einmal baumfarm version ich glaube mittlerweile drei oder vier ja im endeffekt das was ihr letztes mal oben gesehen habt was draußen stand das waren ja quasi das ganze mit zwei cards das ist jetzt minimal größer also das waren oben glaube ich waren das ungefähr fünf sechs chunks hier sind es ungefähr sechs sieben chunks von der größe der baumfarm her nur das ganze ist ich habe es jetzt quasi mit sechs steve cards gemacht hat den großen vorteil es geht deutlich schneller ihr seht ja es wachsen zwar jede menge bäume aber es ist jetzt nicht so dass hier alles komplett zugewuchert ist und man sieht nichts mehr etc und ja dadurch kriege ich halt auch relativ schnell relativ viel holz von dem design her hat sich nicht wirklich was getan ich habe hier die slots ein bisschen mit mit kabel ausgefüllt damit hier einfach nicht so viel scharkohle zwischen gelagert wird weil ja muss ja nicht sein mittlerweile könnte ich es auch wieder ändern weil ja erkläre ich euch gleich kabel manager ist distributor das gleiche eine seite ist ein input anderer seite das output die farben ist ich habe mir brushes gemacht von von power dann quasi die kabel hier eingefärbt so dass ich quasi ich habe hier sorting machines die sorting machines kann man auf bestimmte farben legen so ich habe jetzt gesagt gelb ist auch grün ist in saplings und rot ist äpfel und blau ist charcoal deswegen läuft das auch alles schön hier über eine schiene deswegen musste ich aber auch hier drei stränge machen weil sonst ist mir das am anfang passiert dass die charcoal dann quasi einfach hier in die sorting machine reingegangen ist wusste nicht dass das geht und hat dann quasi die sorting machine blockiert war dann auch nicht so schön aber gut deswegen habe ich jetzt quasi hier einmal rot gelb grün einmal die ampel von der sorting machine weg aber es funktioniert insofern ist alles ganz gut so dann haben wir hier quasi das gleiche nochmal rot gelb grün äpfel jede menge holz und ähm saplings nicht wundern die 631 ja aber das ist schon die zweite barrel die voll ist also ich muss mal bald gucken dass ich irgendwas mit den zepplingen macht so dann haben wir hier kommt charcoal an charcoal kommt über ein tesserakt ein item tesserakt was wiederum zur wo ist der andere tesserakt ach genau der andere item tesserakt der das holz quasi wegpumpt ist hinter dem crafting table kann ich mal kurz weg machen da ist item tesserakt holz dann haben wir hier charcoal und halt natürlich von der curry und ja das heißt die zwei sachen waren dann momentan nur hier in die barrels rein und das holz wird dann hochgeschickt zum weiterverarbeiten so an der nächsten ebene also ich habe jetzt quasi hier immer das sind ja die bauverbrauch ein bisschen mehr platz deswegen habe ich hier dann hier soll dann ja was soll hier rein wie soll die strom produktion rein ich denke mal vom platz her ist es sogar so groß dass ich hier vielleicht später sogar ein frisionskarakter reinkriegen würde momentan ist jetzt hier erst mal nur die zwischen zwischenlager vom vom blue electricity oder blue electricity wie das heißt sprich wir haben hier die badboxen die einfach nur den strom speichern hier ist quasi ich habe in jeder ecke habe ich einen kabelschacht gemacht da weiß man nie was man braucht nur hier ist es quasi hier habe ich erst das treppenmaus in die ecke weil ich es in der ecke haben wollte und den kabelschacht halt daneben und ja habe ich dann quasi hier einmal das kabel das electricity kabel blue alloy wire heißt es glaube ich was halt hier hoch zu den solar panels geht auf dem dach ja hier steht noch ein index da habe ich jetzt quasi die bienen drin weil die sollen später auch aufs dach und ja hier werde ich vielleicht noch die bricks 1 ziehen dann habe ich vier wird dann aber das dach nicht oben zu machen sondern quasi unten lassen und dann quasi in der schicht dirk wie so eine dachterrasse oder sowas habe ich mir gedacht ups 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 so ja wie gesagt badboxes und strom da kommen wir dann später zugleich vielleicht nichts mehr nächste folge dürfte haben wir gucken sollte sollte noch klappen diese folge anfangen nächste ebene ist noch nicht deklariert vielleicht zum kraft keine ahnung was muss ich mal gucken wir sind hier haben wir noch eine ebene wo irgendwas reinpacken können dann haben wir noch eine ebene wo irgendwas reinpacken können so hier ist dann quasi der alte keller ihr seht hier ist noch unsere strom produktion und ja hier seht ihr auch den haben wir den habe ich letzte folge gebraucht was ihr nicht mehr seht weil sie kaputt gegangen ist lange rede kurz und sind wir haben hier ein metafabrikator mit dem wir ihr video machen können tonograf können weil oder könnten besser gesagt weil das zeug braucht unmengen an stroh und das haben wir momentan einfach nicht also das war sehr quasi müsstet ihr eigentlich alles noch kennen bis auf halt quasi hier wo die baumfarmen reinkam da ist jetzt einfach der item tesseract der hier das holz abgibt an die kiste und dann mit der sorting machine in den furnace rein raus und hier und die mittlerweile was heißt mittlerweile ich glaube die ist seit gestern voller oder so die barrel mit charcoal und ja sieben boiler betreiben wir brauchen aber mehr oder weniger also die mj produktion ist für mich voll und ganz ausreichend mit den 72 mj die die neuen stück hier machen weil die query braucht 50 maximal also so 48 bis 50 je nachdem also mit 50 ist man auf der besteheren seite und die maschinen nutze ich gar nicht so viel wie ich gedacht hatte also ab und zu schon aber die fressen aber auch alle nicht so viel also das ist dann hier hat man auch maximal viel zum beispiel und da das halt noch so die alte terminal version ist wo die konnte man die maschinen noch nicht upgraden also hier sind keine upgrade slots oder so drin das heißt die werden auch nicht mehr fressen in zukunft insofern reichen mir da die 72 mj das heißt ich werde auch nur weiterhin den einen low pressure boiler für mj machen und ja das schickt einfach weil mehr ist es einfach nicht mj ist in dem in dem modpack hier anscheinend nicht so wichtig EU allerdings schon deutlich mehr und deswegen wollte ich einfach noch ein paar steam hier so ein paar low pressure boiler machen und da dann weitere von diesen steam turbine housings dran machen damit wir einfach ein bisschen mehr strom kriegen an den reaktor traue ich mich aktuell noch nicht ganz ran weil ja keine lust auf boom da fange ich vielleicht erst mit soundcraft an muss man mal gucken weil dann kann ich eventuell dann hier worded blocks oder sonst irgendwas benutzen um den naja ich sag mal die die falls es dann doch noch hoch gehen sollte dass ich das ganze ein bisschen eindämmen kann so im endeffekt hier oben jetzt sind wir eins zu hoch hier ist quasi die das alte base wie ihr sie noch aus dem letzten video kennt im endeffekt ich habe klar hier die die tür musste weg weil der kabelschacht sich damit beißt das muss ich alles noch umbauen ist noch alles fertig sieht auch gerade aus wie chaos wie sonst was also aber ich denke immer ihr wollt trotzdem was sehen denke ich natürlich und deswegen habe ich gesagt komm jetzt wirst du nicht bist du das jetzt hier fertig hast um jetzt weiter aufzunehmen sondern komm ja wir machen einfach jetzt mal und ich werde versuchen jetzt auch im anschluss danach auch die nächste folge aufzunehmen etc und dann habe ich da ich die letzte folge also die mittwochs folge quasi heute ist dienstag also der tag wo ich das aufnehmen ist dienstag das heißt morgen kommt die folge wo ich nach eurem feedback frage deswegen hoffe ich auch dass sie da entsprechend dass ich da ein bisschen was zurückbekomme werden jetzt quasi natürlich dann ein zwei folgen also hier die zwei folgen definitiv werde ich noch nicht auf eure kommentare eingehen können weil sie einfach noch nicht vorhanden sind aber dass ich glaube das weiß etwas kompliziert ich hoffe ihr könnt mir folgen ja an maschinen haben wir ja da ich wie gesagt die metafabrikate da unten dafür brauchst ich iridium alloy blub 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 iridium alloy ingots machen und das ist das ganze der rolling machine dann brauchst du hier im implosion kompressor das ist das ding was wir gerade im hintergrund sehen kriegen wir dann iridium plates raus und mit diesen iridium plates konnte ich dann weitermachen und den fetter fabricator zusammenbasteln furchtbare rezepte greck tag also das ist also greck tag ist echt teilweise ähm es ist sehr nervig muss ich ganz ehrlich sagen aber es ist auch aktuell okay weil ähm ich habe ewig zeiten kein greck tag mehr gespielt und ähm man kennt das alles nicht mehr so ganz genau und mit ec2 habe ich mich auch schon ewig nicht mehr beschäftigt weil äh ec2 meistens mittlerweile bei den neueren packs die meistens nicht die schlechten ja eher die schlechtere lösung ist und ähm auch eher die läggere also die die schlechtere lösung auch von der performance her im endeffekt deswegen ähm ist es eigentlich ganz cool mal wieder mit ec2 bisschen was zu machen und ja insofern ist es okay das einzige was mir wirklich fehlt ist ein ae system ähm i1 zum beispiel wäre auch in der mission äh von der vision her wäre das auch möglich gewesen glaube ich aber es haben wir in dem pack nicht mehr drin insofern was will man machen aber nichtsdestotrotz wir haben ja unsere schönen sorting machines die ihr hier schon überall gesehen habt und damit ähm werde ich mir hier mit unseren schönen dicken barrels auch dann entsprechend irgendwie so ein lagersystem denken wir da hinten an die wand zum an ja so ungefähr ähm da wo jetzt unser altes lager ist äh quatsch altes lager alter keller hier im endeffekt werde ich dann gucken dass ich die ähm automatisierung von von ärzen und so weiter hier reinpacken kann das kommt dann quasi eins und drunter und ja hier im nächsten stock da ist dann quasi da kann ich mich dann häuslich niederlassen oder was heißt häuslich das könnte ein palast wäre also ich kann ja einen riesen balsal warum regnet es eigentlich warum regnet es eigentlich äh nicht game mode was will ich denn hier ja ich lese da game mode und ich bin ein ich bin ja nebenbei noch admin auf dem server ähm tippt 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 so und dach kommt dann wie gesagt da sollen dann die ähm bienen später noch hin und ja solar etc so im endeffekt ähm würde ich gerne anfangen den um umzuziehen mit euch ähm theoretisch wäre die folge jetzt zu ende aber wisst ihr was wir machen einfach mal ein bisschen länger weil äh ja i owe you ich kann es leider nicht ändern so hier ist holz und huch hier soll strom hin so ich hab natürlich ihr kennt mich ein bisschen was vorbereitet ich hab nämlich noch ein bisschen weil das zeug braucht einfach ähm ich bin auch gar nicht mal ganz fertig ich äh ihr seht ich bin total ein bisschen verwirrt und äh ich hier nicht mal einen fünftigen satz fertig was im endeffekt auch daran liegt dass äh so viel zu tun und und äh so viel an das man denken muss und etc so was ich im endeffekt sagen wollte ist ich habe material hier für drei ähm low pressure boiler dann habe ich hier material für drei äh ja doch das sind drei ich brauch zwölf pro stück drei steam turbinen ich hab noch vier mfsu's gebastelt ähm das ist auch nur aufwand alles ne so und dann aber hier turbinen rotoren habe ich bisher nur zwei ich brauche unbedingt mehr stahl und stahl kriege ich hier in der blast furnace auch die ist sogar schon durch mal wieder äh das wird aber trotzdem nicht reichen ein anderes problem ist mir geht mittlerweile das eisen aus mir geht überhaupt die ganzen mats aus da habt ihr gesehen da waren jetzt noch 55 drin ein stack habe ich rausgeholt und hier ist noch stahl hier ist glaube ich nicht mal mehr eisen drin also ich glaube ich habe fast kein eisen mehr aber ich habe juju meta ja ich habe den metaföcker hier da ein bisschen laufen lassen und mal geguckt wie das so funktioniert mit der mit dem stromverbrauch nicht wirklich gut also mehr als die vier habe ich auch noch nicht also da ist noch weit entfernt von äh ob hier irgendwas herstellen können ähm die stark ash wollte ich wegpacken so ja mehr als einstack im wetter na gut so schmeißen wir noch eben bisschen kohle in den messerrator und ein bisschen refined iron dann kann nämlich die stahlproduktion im hintergrund weiterlaufen weil wie gesagt ich brauche unmengen das ist äh so hier habe ich nochmal 8 block of iron habe ich gemacht wo habe ich danach ach so genau ich brauchte noch mehr ähm werde früher oder später noch dark iron ingles mehr brauchen um halt die barrels zu upgraden dafür habe ich dann schon mal sicherheitshalber bisschen eisen weggepackt da komm das dauert auch ewig habe ich upgrades drin ja aber es dauert trotzdem ewig ich muss die maschinen irgendwann mal alle auf höhere höhere strom tier setzen und so weiter und dann mal entsprechend upgrades da rein pfeffern so das hält nicht lange egal haben wir die 6 noch da rein das wahrscheinlich überhaupt nichts bringt aber egal ähm so sortiersystem soll ja hier oben hin und strom wollte ich machen genau so habe ich wo habe ich denn alte maschinen hier rumgammeln so ich weiß dass ich irgendwo noch Tesseracte habe da anertuned und zwar hätte ich gerne noch ein item Tesseract Zinn, Silber, Zinn und Servo, Servova, 2 Eisen das kriege ich gerade noch so hin äh aber nicht aus dieser Kiste 2 Eisen, 2 Glas ein bisschen Redstone habe ich jetzt denke ich nicht einstecken dann haben wir hier ist dunkel hier die Lampen sind weg ja kommt alles noch kommt alles noch Servo ähm 13 2 Silber ähm so und dann haben wir ein item Tesseract prima so dann nehmen wir unsere schönen ganzen Boiler weil die werden wir brauchen ähm Klax brauchen wir auch die reichen werden weiß ich nicht wahrscheinlich nicht äh das war hart ein Glas und Copper das kriegen wir hin haben wir hier 3 also 6 oh das passt dann brauchen wir noch ähm ähm IC2 die Glaskäbel oh da haben wir nicht mehr so viele hab ich noch Elektrom ähm ähm war ich zum Glück wieder ein bisschen Farm hier hier und Glas bräuchte ich noch überhaupt es reicht und hier das Diamanten in die Mitte Elektrom drumherum ja macht da draus 35 äh das sollte reichen dann haben wir alles dann haben wir alles ähm ne haben wir nicht hu im Endeffekt bräuchte ich hier noch eine Sorting Machine und ein Kabel und erstmal Kabel mit äh Tubes nehmen wir auch mit da sind die Redstone, die brauche ich nämlich nicht hier seht ihr übrigens die Paint Dinger Brushes die die Töpfe Paint Cans werden aus Zinn gemacht den wollte ich nicht mitnehmen so wir haben jetzt gerade keine Sorting Machine deswegen nehmen wir jetzt einfach mal ich da mit Kabeltechnisch so hab so wild und ne Kiste brauchen wir glaube ich noch Kiste Kiste habe ich keine mehr vorrätig äh hier habe ich Turbinen Disc gemacht Stahl da sind 3 Stahl übereinander und das Blockoffs diese 9 ist klar also das ist pro Turbine äh brauche ich also pro Turbinenrotor brauche ich glaube ich das sind 99 Stahl die man dafür braucht entsprechend viel Aufwand vielleicht krieg ich hier die Blast Furnace mal gucken ob ich in die Blast Furnace nicht eventuell mal ein paar Upgrades reinpacken kann das ist ja schon mal gerade mal nach das Industrial Blast Furnace doch Possible Upgrades Overclock Transformator BM keine Ahnung aber ja Upgrades gehen rein das heißt den kriegen wir auch noch schneller wenn es sein muss das werde ich auch bald mal tun weil ähm ja aber zuerst werde ich ähm die Query wieder anschweißen müssen aber um die Query anzuschmeißen muss ich äh will ich was heißt muss ich muss ich nicht aber hätte ich gern mein Sortiersystem fertig weil muss ich nicht alles bei Hand machen ganz einfach ganz einfach okay so wir haben hier sind wir mit ähm Blue Citri Blue Electricity ich komme mit dem Namen immer noch nicht hin das wird Power 2 Zeug halt so dann mal so im Hintergedanken lassen dass wir vielleicht in die Mitte den Infusionsreaktor irgendwann stellen könnten aber ich fange ich dann hier an der Wand an und mache äh Steam Geschichten was mir eben einfällt ist dass ich kein Wasser ans Wasser nicht gedacht habe aber das äh kriegen wir dann auch noch irgendwann hin so dann machen wir das hier jeweils zwei frei dann haben wir die Boiler drauf 1 2 3 4 hier Ich soll ja nicht mehr so viel auf-screenen machen, ne? Das heißt, ich will nicht. Aber das ist halt nicht immer leicht und auch nicht immer, finde ich, ich finde auch nicht immer so interessant. Also gerade bei Gregtag ist die tausend Sachen zusammen Craften-Geschichte nicht so interessant. Das heißt nicht so interessant, aber es dauert halt und man muss so viel so oft hintereinander machen. Ich will nicht wissen, wie viel ich für diesen blöden Circles, von diesen Schaltkreisen schon gebaut habe. Und wie viel Unmengen, also ich muss auch mal sagen, wie viel Unmengen an Kupfer und vor allen Dingen Rubber ich durchgehauen habe. Das ist Wahnsinn. So, ähm, wie wollte ich das machen? Ne, das machen wir mal anders. So. So. Jetzt gerne auf der Höhe. Einmal. Oh. Da sollte nichts hin. Damit der Multi-Block auch klarkommt hier. Dieses Jetpack, ne? Bin ich froh, wenn ich irgendwann die, äh, weil das Advanced hier, das ist schon ganz nett. Hat auch so einen Hover-Mode, der dann immer da ein bisschen langsamer steigt und ein bisschen langsamer sinkt. Aber, äh, der ist auch mehr unnütz, neffig, keine Ahnung. Und solange ich diesen, diese, ich sag jetzt mal, diese Vanilleerflug, äh, noch nicht habe, dann lasse ich das auch einfach aus und, ja, ist nicht so einfach. Aber die, die, die Gravy Plate, die ist zwar noch in weiter Ferne, aber irgendwann wird sie kommen und dann passt das auch. So. Wir haben hier unsere Steam-Hosings. Ähm, ich hätte gerne eins, zwei, ne, so nicht. Ähm, wo ist mein Omni-Wrench? Zwei, drei. An jeder Seite. Auch gewährleistet ist das hier genug durchkriegt hier. Und dann können wir hier, jeweils die, Protoren reinpacken. Und da fehlt halt noch einer. Mein Gott. So. Die machen dann wiederum Strom. Wie mache ich das denn jetzt am geschicktesten? MFSU. Ja, ich kann es eigentlich parallel laufen lassen. Warte mal, eine kommt ja von oben noch runter. Dann habe ich hier vier. Das heißt, und ich habe oben aber auch noch eine MFSU. Dann machen wir das einfach. Ne, wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Wir machen das einfach. Nein, wir machen das anders. Ähm, ich klicke einfach Kabel runter. Da. Ein, zwei. So. Und dann halt später der da. So hin. Dann ziehen wir das einmal hier in die Mitte. Na, vielleicht nicht da, sondern hier. Und dann hätte ich gerne hier ein paar. Na komm. Stell diese an. Mach jetzt. Dieses. Ah, eins, zwei. So. So schön. Dann haben wir hier ein paar MFSUs. Hup. 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 Äh, da. Glaskabel. So. Von da aus können wir dann weiter gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier gerade mache, weil ich muss hier überlegen, dass ich, äh, mit denen ja auch entsprechend irgendwo wieder hin muss, ne. so. Ich hab jetzt die ganzen Maschinen, etc. Äh. So. 3, 4. Lassen wir's mal, wir machen das schon. Oder wir lassen mal ein bisschen Abstand. So. Ne, ich sollte 3 Abstand lassen, wenn ich nämlich dazwischen eventuell noch Kabel legen kann. So, geht ja nicht. Learning by doing. Oh, come on. So, reißen wir einfach mal wieder alles ab. Aber es ist das halt, wenn man ein bisschen basteln will. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Glück. 1, 2. 2, 3. Und dann machen wir das mittig. Weg, 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 weg. Vielleicht noch ein paar Fackeln aufstellen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Äh, ja. So, ich mache jetzt aber nichts Offscreen. Außer vielleicht die Creos Accumulator noch holen. Oder basteln. Und dann sehen wir uns auch, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir einfach weiter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen entschädigt durch die jetzt lange Folge von knapp 37 Minuten. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.